So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses, der Dicke, eine neue Folge. Pokémon Go, eigentlich, habe ich gestern Raider Mittwoch aufgenommen, für den Donnerstag heute, also Raider Mittwoch am Donnerstag. Jetzt muss ich es aber leider verschieben, aber nicht auf Freitag, weil da ist ja der Community Raid, wegen dem Raid-Boss-Wechsel auf Summer Center. Es ist aber dann auch nicht am Samstag, weil da ist ja noch C-Day mit Strawickel. Das heißt, C-Day, Stream, Ausbeute-Video, Sonntag, vielleicht Raids für Zuschauer mit Summer Center und dann wäre Zeit für Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, am Sonntag. Aber hey, immerhin ist es noch diese Woche. Was ist schon wieder dazwischen gekommen? Das Infovideo für den Raid-Tag mit Mega Flunky. Und eigentlich hätte es gereicht, wenn man hier dieses Bild, diese Grafik nimmt und dann einfach in den Community Tab postet. Aber ich möchte immer gerne meine Meinung dazu sagen. Ich möchte ein bisschen noch plaudern, ich möchte ein bisschen noch das in die Länge ziehen, ich möchte euch die Lebenszeit rauben. So wie Flunkkiefer wahrscheinlich, weil das ist, was ist das? Ist das Typ Geist und Stahl? Was ist das? Das sieht auf jeden Fall brutal aus. Es gab es bisher noch nicht. Es ist ein neues Mega-Pokémon. Und ich freue mich besonders, da ich die letzte Zeit so viel, so lang, so oft mit Flunkkiefer gelaufen bin. Ich habe einen Krypto-Flunkkiefer erlöst, zu einem hundertprozentigen Flunkkiefer. Und das wollte ich auf Level 50 ziehen. Bin tausend Jahre damit gelaufen, um die XL dann auch zusammen zu haben. Durchs Laufen, ja. Durchs Laufen. Alle zehn Tage konntest du mal einen Power-Up oder so machen. Und jetzt habe ich es fertig. Jetzt habe ich es auf Level 50. Und jetzt kommt der Mega-Flunkkiefer Raid Day, wo man Mega-Energie bekommt, um es dann einfach mega zu entwickeln. Das passt richtig genial. Deswegen bin ich schon gespannt, wie das aussieht. Raid Days finde ich sowieso immer toll. Auch, ja, diese Pässe, diese kostenlosen Pässe. Dann das Raiden, die Tour, die du machst, den Stream dazu. Zu gucken, wie viele Shinies kriegst du raus. Kriegst du vielleicht sogar noch ein Hunderter aus dem Raid. Okay, diesmal wäre ich wahrscheinlich alleine aber unterwegs, weil, ja, da gibt es vorher noch was. Und dann hat das noch Nachwirkungen. Und dann bist du da. Und deswegen kann es sein, dass ich dann in dem Moment alleine dann unterwegs sein werde. Also nicht wie sonst mit Pupsi, dass wir unseren Spaziergang machen und den Raid Day. Müssen wir mal gucken, ob das alles klappt. Wann ist das? Samstag, der 12. Oktober, 14 bis 17 Uhr. Diesen Samstag ist ja der Community Day mit Stravickel. Den Samstag danach ist schon direkt der Raid Tag mit Mega Flunkiefer. Drei Stunden lang Mega Flunkiefer zum ersten Mal in Mega Raids. Mit etwas Glück könnt ihr dem Shiny begegnen. Event Boni, das Fan Raid Limit, wird von Samstag, den 12. Oktober um 2 Uhr nachts, bis Sonntag, den 13. Oktober um 5 Uhr auf 20 Fan Raids angehoben. Ihr könnt also, wenn ihr Bock habt, fleißig mitmachen. Ich denke aber mal, der wird jetzt nicht so schwer sein, oder? Wenn ich jetzt berechne, dass vielleicht Flunkiefer ein 3er Raid war und das als Mega Flunkiefer mit ein paar Feuer Pokémon oder so, brennt ihr das bestimmt einfach weg. Ihr haltet bis zu 5 kostenlose Raid Pässe zusätzlich, wenn ihr während des Events die Fotoscheiben dreht. Also 6 Raid Pässe an dem Tag. Wenn ihr natürlich noch den vom Vortag habt, habt ihr dann 7. Wenn ihr das super Ticket euch noch holt, kriegt ihr nochmal 8 zusätzliche und habt damit dann also 14 oder 15 Pässe. Das ist also wie bei jedem Raid Day. Im Webstore gibt es wieder eine Hyper-Ticket-Box. Da gehe ich nicht drauf ein, weil ich verwende keinen Webstore. Ich darf mir selber auch keine Tickets kaufen und holen für den Account. Wenn mir jemand eins schenkt, giftet, dann ist das okay. Ich freue mich immer bei Raid Days über das Ticket. Das ist, glaube ich, das wichtigste Ticket für mich, bei einem Raid Day das Raid Day Ticket zu haben, dass ich schön viele Raids und eine schöne ausgiebige Raid Tour machen kann. Das ist wichtiger als alles andere, was es sonst gibt. Sogar noch wichtiger als das Sea-Day Ticket, aber ist natürlich teurer. Das Event Ticket steht auch hier natürlich drin. Für 5 US-Dollar könnt ihr das Ticket erwerben. Da gibt es 8 zusätzliche Pässe, haben wir ja schon gesagt. Also 14 an dem Tag plus den vom Vortag 15. Erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons für Raid-Kämpfe. Beim letzten Raid Day war das ja, glaube ich, abgeschalten. Da hätte man die Pässe auch nach 17 Uhr noch nutzen können, weil man ja von 14 bis 22 Uhr Zeit hat zu raiden mit dem Raid-Ticket. Hätte man also warten können. Legios ist nicht mehr da ab 17 Uhr. Man hätte die Pässe nehmen können für Kyogre weiter, wenn man da Bock drauf hat, um dort zusätzliche XL-Bonbons und so zu kriegen und Sonderbonbons und EP und Staub für die Raid-Kämpfe. Da gab es aber wieder mal einen Bug. Natürlich gab es nach 17 Uhr gar nichts mehr und da waren viele Leute wieder sehr traurig. Ich hoffe, diesmal kriegen sie es hin. Also erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons. 50% mehr EP für die Raid-Kämpfe. Doppel der Sternenstaub für die Raid-Kämpfe von 14 bis 22 Uhr mit dem Event-Ticket. Also so ein Raid Day finde ich, wenn du das schon machst, dann nimm das mit. Mach deine 14, 15 Raids am Stück an dem Tag, dann passt das. Mir würden wahrscheinlich 14 reichen. Denn wenn der kommt, ist es dann immer noch Summer Center da. Ich glaube schon. Und da, das ist ja auch wichtig, da das Scheinig zu kriegen, deswegen würde ich nur 14 Stück machen an dem Tag. Habt ihr Bock? Freut ihr euch auf Mega-Flunk-Kiefer? Es war ja noch verborgen, man wusste nicht, was kommt. Jetzt wissen wir, dass das kommt. Manche haben jetzt wieder mit Mega-Mutu gerechnet, aber wann sie das denn endlich mal bringen und wie brutal das dann wird, das sehen wir dann. Da muss man wahrscheinlich wieder nach Gera fahren, um dann Erfolg zu haben. Ansonsten war es das. Kurzes Infovideo. Ich freue mich auf den Mega-Flunk-Kiefer-Tag, auch wenn der diesmal anders wird. Ich hoffe, ich kriege ein Ticket bei Raid Days. Hoffe ich wirklich immer drauf. Und dann habe ich da Bock, meinen Level 50er zu entwickeln. Und dann ist es wahrscheinlich nutzlos, weil, was macht man damit? Das nimmst du dann vielleicht auch nur zum Boosten von bestimmten Typen. Ich glaube jetzt nicht, dass das ein nützlicher Angreifer ist. Aber es erweitert euren Mega-Decks, gibt euch einen zusätzlichen Punkt. Und es ist halt mal eine kleine, frische Abwechslung. Raid Days spielst du immer, egal was drin ist. Selbst wenn es nur Legios ist. Ansonsten war es das. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und euch noch einen schönen Feiertag. Ciao.